Können Sie die Stromrechnung zur Hand nehmen, bitte? Ja. Nehm ich mal die Stromrechnung zur Hand, bitte? Dann muss ich in den Keller gehen. Okay, aber die Rechnung. Ali! Bitte? Können Sie die Stromrechnung zur Hand nehmen? Wie bitte? Die Stromrechnung kann ich zur Hand nehmen, also ich schneide. Die Stromrechnung, Moment! Okay, Strom und Gas. Marianne, gib mir mal den Ordner. Sind Sie krank? Bitte? Sind Sie krank? Ach, das wird nicht mehr besser. Ich habe alles. Haben Sie jetzt die Rechnung? Ja. Okay. 76 Mark. 76 Mark? Ja. Also jetzt, Frau Schneider, ne? Ja. Sind Sie bei E.ON Energie Deutschland GmbH für Strom? Was bin ich? Haben Sie jetzt die Rechnung zur Hand, Frau Schneider? Die Stromrechnung? Ja, sicher. Das habe ich ja gesagt. Okay. Ist es von E.ON, oder? Ja. Garzack. Ist es Gas, ne? Haben Sie auch Gas, Erdgas? Ja, sicher. Okay. Ich brauche jetzt einmal die Stromfiller-Nummer, bitte. Was? Ich brauche jetzt einmal die Stromfiller-Nummer, bitte, Frau Schneider. Die habe ich nicht. Die hat mein Sohn. Das steht auf dem Rechnung Seite 2. Ach, du lieber Gott. Ach, du lieber Gott. Er hat viel geschnitten. Finde ich nicht. Sie haben doch Rechnung. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Jetzt, Moment mal. Sie haben jetzt die Rechnung zur Hand, oder? Ja, sicher. Okay. Auf dem Rechnung Seite 2. Ja? Gucken Sie mal, steht die Zählernummer. Auf dem Seite 2. Moment. Gib mir das, Marie-Papisch. Gib her! Wo steht das? Haben Sie es? So. Kleinisch. Kleinisch. Wie bitte? Aus Kleinisch. Was, Klaunisch? 76 Mark. Okay. Äh, Frau Schneider. Haben Sie die Stromrechnung zu haben? Wie? Die Gasrechnung. Gasack. Okay. Jetzt gucken Sie mal auf dem Seite 2. Auf dem Seite 2 steht die Zählernummer. Können Sie kurz nachschauen, bitte? Warte. Marianne, guck doch mal. Wohnen Sie alleine? Ach, schon lange. Wohnen Sie alleine? Ja, schon lange, schon lange, schon lange. Ach so, warum? Ach, warum? Ich wohn, ich wohne auch schon lange alleine, Frau Schneider. Wirklich? Können Sie, ja. Da, da können Sie mich zum einen Tasten Kaffee einladen. Ach, du armer Kerl. Wie bitte? Du tust mal leid, du armer Junge. Ja. Du bist doch jung, bist du. Hör mal, da lässt mal knallen. Ja, was soll ich machen? Gut. Äh, jetzt... Jetzt... Ich sag... Ich sag... Ich sag dir dann Tschüss jetzt. Moment, warum Tschüss, Frau Schneider? Ja. Äh, was bezahlen Sie monatlichen Abschlag für Gas? Bei Galback? 76 Mark? 76 Mark? Also 76 Euro, ne? Ich sag dann Tschüss erst einmal. Warum Tschüss? Liebchen. Sie sagen 76 Euro, oder? Liebchen, ich bin zu alt für sowas. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Bei der Stolte!